Willkommen im Navigationspunkt meines Services des MyBürkert-Bereichs. Hier können Sie schnell und einfach in Kontakt mit uns treten. Außerdem sehen Sie hier alle angelegten Vorgänge auf einen Blick. Wenn ein gelieferter Artikel nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie die Rücksendung entweder auf der jeweiligen Bestellseite oder über die Schaltfläche Rücksendungen erfassen. Es ist außerdem möglich, Artikel aus separaten Bestellungen zu einer Retourensendung zusammenzufassen. Wenn Sie Unterstützung vor Ort benötigen, können Sie über die Schaltfläche Vor-Ort-Einsatz Ihr Anliegen beschreiben und einen Termin vereinbaren. Wenn Sie ein Angebot über eine Reparatur, Kalibrierung oder einen anderen Service benötigen, steht hierfür die Schaltfläche Kostenvoranschlag zur Verfügung. Und über die Feedback-Schaltfläche können Sie uns mitteilen, ob Sie mit unserer Leistung zufrieden sind oder ob es etwas gibt, das wir besser machen können. Weitere Informationen über den myBirkert-Bereich finden Sie in unseren anderen Videos.